Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sie suchen maßgefertigte Sonderlösungen, Prototypen oder Kleinserien im Bereich Werkzeugbau? Dann sind Sie bei Formtechnik Ralf-Dotterweich richtig. Das Angebot des Meisterbetriebs umfasst verschiedene Bearbeitungs- und Umformtechniken. Dazu gehören beispielsweise das CNC-Fräsen, die Drahterosion oder die Laserbeschriftung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Konstruktion und der Herstellung von Stanz-, Biege-, Präge- und Verbundwerkzeugen sowie der Produktion im eigenen Haus. Internationale Kunden schätzen die Flexibilität, die kurzen Lieferzeiten, die lösungsorientierte Arbeitsweise sowie das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders hervorzuheben sind der moderne Maschinenpark und das Team an hochqualifizierten Spezialisten. Bewerbungen motivierter Auszubildender sind jederzeit willkommen. Formtechnik Ralf-Dotterweich in Grafrath. Eine klare Empfehlung der Partnerhandwerker-Redaktion.